ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen. Wie ihr wisst, bin ich in zwei Wochen in Kanada unterwegs. Jetzt ist aber leider schon wieder Zeit zum Tschüss sagen. Rolf, sag mal, was machst denn du da wieder für dummes Zeug? Hey Pirin, geh aus dem Bild raus, aber zack, zack, wir drehen da einen Film. Ach wirklich? Was für einer? Der mit dem Rolf da? Ja, lustig. Ohne lustig. Einen ernsten Film über Kanada. Geh jetzt aus dem Bild raus. Kanada? Aber wir sind doch da rein. Hey, hör es mal, Luca, geh jetzt! Geh jetzt nach Hause, wo du auch hergehörst. Hei, noch einmal.